Musik Gott hat die Lausitz geschaffen und der Teufel hat die Kohle unter ihr vergraben. Das wäre eine sorbische Weisheit, die aus der neueren Zeit stammt. Da hat natürlich die Lausitz in gewisser Weise auch drunter zu leihen. Die Lausitz war das allerletzte, wo man in Deutschland hin wollte. Und deswegen denke ich, dass man schon danach dürstet, entweder selbst in die Welt zu kommen. Und viele haben es dann auch gemacht, haben die Lausitz verlassen. Oder es dürstet jemanden danach, dass die Welt hierher kommt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017